Im Alltag hängt der Umgang mit einzelnen Tieren meist davon ab, wie nah diese dem jeweiligen Menschen stehen. Auch in der Ethik gibt es unterschiedliche Positionen, inwiefern Tieren ein moralischer Wert zuerkannt werden soll. Die meisten Tierethiker wollen Tiere möglichst vor Leid und Schmerzen schützen. Einige wollen zusätzlich das Wohlergehen bestimmter Tiere so gut es geht verbessern. Und manche sprechen Tieren eine Würde zu und setzen sich für eine gesellschaftliche Gleichstellung von Tieren und Menschen ein. Insgesamt nehmen viele Menschen die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Tiere zunehmend in die moralischen Abwägungen auf, soweit sie diese erkennen können. Das hat auch Folgen dafür, wie über den rechtlichen Schutz der Tiere debattiert wird. Und es wirft Fragen auf. Können Tiere nur als moralische Objekte betrachtet werden? Haben sie vielleicht einen moralischen Wert, der sich nach ihren Fähigkeiten bemisst? Oder gar eine eigene Würde als bewusste und erlebende Kreaturen? Aus diesen Überlegungen lässt sich eine Verbindlichkeit ableiten. Menschen sollen Tiere anerkennen. Und sie sollen angemessene Haltungs- bzw. Lebensformen für Tiere gewährleisten. Tiere können keine moralischen Pflichten befolgen und moralisch gegenüber Menschen handeln. Fallen aber deshalb auch ihre moralischen Rechte weg? Könnten nicht Anwälte oder Fürsprecher die tierlichen Interessen vertreten und auf diese Weise für einen Austausch über die Grenzen der Spezies Mensch hinaus sorgen? Manchmal sprechen die Ausdrucksweisen der Tiere auch für sich. Der moralische Status und Fragen von Tierschutz, Tierrechten oder einer Würde werden in vielen Bereichen der Gesellschaft weiterverhandelt. Es gibt also ganz verschiedene Meinungen. Sicher ist aber, dass zu jeder ernsthaften Meinung auch eine persönliche Haltung gehört. Diese Haltung sollte reflektiert und begründet werden. Denn dann können andere nachvollziehen, was man befürwortet und warum.